Hallo, hier ist Helsing und ich möchte heute gerne ein Thema ansprechen, nämlich Wunsch-Tutorials. Und wir machen gerne Wunsch-Tutorials, ihr müsst uns nur anschreiben, entweder über Skype oder über unsere E-Mail oder über YouTube natürlich. Und wir nehmen nicht nur Wunsch-Tutorials von VB an, wir nehmen auch allgemeine Computer-Probleme an. Und die werden dann auf Helsing-Tutorials sein, die allgemeinen Computer-Probleme und die Visual Basic 08-Tutorials sind natürlich auf dem Visual Basic 08-Team-Channel. Auf jeden Fall schreibt uns an, wir werden es so gut wie möglich machen und so, dass es auch wirklich jeder kapiert, sogar Anfänger in Visual Basic oder die gerade nicht so viel Ahnung haben von ihrem PC. Und wir werden sicherlich irgendwelche Lösungen finden, wenn ihr ein Problem habt oder so, haben wir bis jetzt immer und werden wir auch immer haben. Also schreibt uns an, habt keine Angst, wir schreiben auf jeden Fall zurück.